Hatte ich schon erwähnt, dass ich meine Kamera ziemlich scheiße finde, weil die immer nach 20 Minuten ausgeht, wenn ich in der Ausführung bin, geht die aus. Hallo ihr Lieben, heute soll es mal um die letzten vier Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ich war im Juli schon recht fleißig und deswegen dachte ich, ich zeige euch die vier Bücher auch gleich, die ich bereits gelesen habe. Wie immer blende ich sie um mich drumrum nochmal mit ein, dass ihr direkt hinspringen könnt, wenn ihr möchtet. Und ich glaube, ich brauche das in Zukunft nicht mehr sagen. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Klickt einfach dann drauf, ich blende die einfach mit ein und gut ist. Und ja, darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer. Das erste Buch, was ich im Juli gelesen habe, war dieses hier, Folge deinem Herzen von Jacqueline Fellgut. Die liebe Jackie hat mich gefragt, ob ich das Buch lesen möchte und nachdem ich mir gelesen habe, worum es geht, habe ich gesagt, hier ist mein Ding. Immer her damit, ich möchte es gerne lesen. In Folge deinem Herzen geht es um die angehende Tierärztin Sarah. Sarah hat an einem Gewinnspiel teilgenommen, um ihrer besten Freundin ein Geschenk zu machen. Denn bei diesem Gewinnspiel kann man ein Date mit einem berühmten YouTuber gewinnen. Und ja, Sarah hat da halt für ihre Freundin mitgemacht und betet jetzt und hofft jetzt, dass sie vielleicht gewinnt und dass sie ihr das zum Geburtstag noch mit schenken kann. Denn die würde sich natürlich riesig drüber freuen. Ja, aber leider läuft dann alles nicht so, wie es geplant war und Sarah muss über ihren Schatten springen und ein Date mit einem anderen YouTuber in Kauf nehmen, um noch das Date für ihre beste Freundin retten zu können. Das war es mal ganz kurz zum Inhalten. Da möchte ich, glaube ich, auch gar nicht sagen. Wie gesagt, es geht um Sarah und dann um diesen besagten YouTuber, den sie eigentlich nicht leiden mag, mit dem sie sich ja dann aber gezwungenerweise treffen muss, um halt das Date für ihre Freundin noch zu bekommen. Und ich muss sagen, ich mochte die Geschichte total gern. Ich fand sie wirklich super süß und für den Sommer ist sie ideal zum Lesen. Sie ist auch nicht richtig, also man hat sie auch wirklich sehr, sehr schnell durchgelesen und man kann es ideal so für zwischendurch mal mitlesen. Und ich fand es einfach nur süß und es war einfach mal so etwas richtig Schönes fürs Herz. Und ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Buch gelesen habe und dass ich dieses Buch lesen durfte. Und ja, ich mochte es total. Ich mochte die Charaktere. Ich fand Sarah sehr, sehr cool. Ich habe mich anfangs halt immer nur gefragt, was ist denn nur bei ihr los? Weil sie hat am Anfang eine ziemlich starke Phobie gegen Kameras und sie möchte halt auch nicht in Videos auftauchen. Und sie hat keine Social Media Sites, gar nichts. Sie ist da strikter dagegen und es klärt sich dann natürlich im Nachhinein auf, wieso, weshalb, warum das so ist. Und dass man das Ganze auch wieder nachvollziehen kann und man wird da nicht in der Luft hängen gelassen. Und ja, ich mochte auch Jake, also Sarahs Gegenpart in dem Sinne, in diesem Buch total gern. Jake ist einfach toll. Jake ist einfach toll. Ich glaube, Männer sollten sich an Jake nicht schlagen, wirklich. Also, Jackie hat die Protagonisten wirklich super gut geschrieben. Wie gesagt, ich mochte sie total. Ich habe mit ihnen mitgefühlt. Ich habe mit ihnen mitgelitten. Und ja, die Charaktere waren einfach Hammer. Und ja, die Handlung, wie gesagt, die Handlung war einfach mega. Dieses Buch hat mich zum Lachen gebracht. Das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Ich habe mit den Protagonisten mitgefühlt. Mein Herz war voll dabei. Und ich habe sogar geweint an der Einstelle. Das war für mich sehr, sehr schlimm. Ich hatte auf jeden Fall Tränen in den Augen. Und ja, ich fand, dieses Buch hatte einfach alles, was ein schönes Sommerbuch und eine schöne Liebesgeschichte haben muss. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Vom Setting her befinden wir uns hier ja in New York, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ich finde, New York ist eine mega geile Stadt. Und ich möchte gerne auch mal nach New York. Und ich bin eine jeden, der dorthin fährt. Sina, du weißt, dass ich dich meine. Du fährst dorthin. Ich bin eine, die dich. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich auch gerne mal ultra gerne nach New York fahren. Und ich mochte das Setting auch richtig, richtig doll. Und ja, dieses Buch, da hat für mich einfach alles gepasst. Charaktere, Setting, die Handlung, der Schreibstil. Der Schreibstil war echt richtig gut. Ich muss sagen, Jackie hat einen richtig guten Schreibstil. Ich mochte ihn unheimlich gern. Sie schreibt so leicht und witzig. Und ja, einfach gut. Kann ich nichts weiter sagen. Also dieses Buch war rundum wirklich richtig gut. Und es hat für mich hier alles gepasst. Und wenn ihr Lust auf wirklich eine schöne Liebesgeschichte habt, eine schöne Romanze habt, dann lest Folge Deinem Herzen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich dann schon, wenn ich das neue Buch von Jackie auch mitlesen darf. Das kommt dann jetzt im Juli raus. Dazu dann später mehr, wenn ich es gelesen habe. Aber wie gesagt, Folge Deinem Herzen ist ein tolles Buch. Und lest es! Lest es! Lest es! Ich kann es nicht anders sagen. Ja. I like it. I like it. I like it. I like it. Und Jackie, falls du das siehst, noch weiter so... Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Und das war definitiv nicht das letzte Buch, was ich von dir gelesen habe. Nein, nein. Definitiv nicht. Nachdem ich dann Folge Deinem Herzen mit einem guten Gefühl beendet hatte, habe ich mir dann gedacht, so, jetzt liest du mal endlich einen Thriller. Und zwar den von Jennifer Ametraud. Den habe ich mir letzten Monat mitgekauft. Und ich wollte dieses Buch schon so lange haben. Und jetzt habe ich es da und sie musste ich jetzt gleich lesen. Und es ist Jennifer Ametraud. Ihr wisst, sie ist meine Queen. Sie ist meine Göttin. Ich liebe ihre Bücher einfach. Und ja, ich habe dieses Buch gelesen. Und was soll ich sagen? Es war so gut. Es war auch so gut. Ich... Wahnsinn. Ich erzähle euch erstmal, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um die 17-jährige Samantha. Und diese taucht, nachdem sie vier Tage verschwunden war, urplötzlich wieder auf, mitten im Nirgendwo. Und kann sich an einfach nichts mehr erinnern. Sie weiß einfach gar nichts mehr über ihre Vergangenheit, über ihre Kindheit. Es ist alles weg. Was ziemlich dramatisch ist, denn mit ihr verschwand ihre bestes Freundin Cassie. Und die ist auch weiterhin vermisst. Und die Polizei braucht natürlich Samentas Hilfe, um herauszufinden, was mit Cassie ist und wo sie ist. Ob sie vielleicht noch am Leben ist oder das Ganze drum und dran. Das macht Samantha natürlich ziemlich mürbe. Und je mehr Zeit vergeht, umso mehr kriegt sie ja auch mit, was für ein Mensch sie gewesen ist. Umso mehr stellt sie fest, dass sie sich gar nicht leiden kann. Also, dass der Mensch, der sie war, sie versteht nicht, wie sie zu so einem Menschen werden konnte. Und sie versteht einfach alles drum und dran nicht, warum sie so war. Und was das auch alles mit ihrer besten Freundin zu tun hat. Dann gibt es in diesem Buch noch Carson. Und Carson ist... Carson ist Carson. Er ist... Nice. Ja. Carson ist ein Mitarbeiter von den Eltern von Samantha und ein, ich glaube, der beste Freund sogar, von Samentas Zwillingsbruder. Und die beiden konnten sich früher nie leiden und haben sich halt gegenseitig auch immer nur schlecht behandelt und runtergemacht auf gut Deutsch. Und Samantha stellt jetzt aber fest, dass Carson eigentlich ganz, ganz lieber und netter Kerl ist. Und da er von Kindesbeinen an mit ihr befreundet war, möchte er ihr natürlich doch helfen und springt über seinen Schatten, als er merkt, dass sie nicht mehr die ist, die sie vorher war. Und zusammen versuchen sie dann, wie gesagt, herauszufinden, was genau eigentlich passiert ist. So. Jetzt habe ich aber ziemlich viel von mir halt schon gesagt. Mehr möchte ich definitiv nicht verraten. Und ich kann nur sagen, zur Handlung, diese Handlung war einfach nur unheimlich gut. Da sind Sachen rausgekommen, wo du dachtest, so was? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, die Arme. Und dann denkst du dir wirklich die ganze Zeit, warum war sie so vorher? Und man kann das einfach nicht verstehen, weil sie ja jetzt, nachdem sie ihr Gedächtnis verloren hat, eigentlich auch von Grund auf her ein ganz anderer Mensch ist. Und ja, also ich muss sagen, dieses Buch war einfach nur gelungen. Wie gesagt, die Handlung, da passieren so viele Plot-Twists und da passieren Sachen, mit denen man einfach nicht rechnet und man fragt sich einfach die ganze Zeit, was ist mit der Freundin passiert und wer hat dann noch seine Finger mit im Spiel? Weil es wird dann relativ schnell auch klar, dass die beiden, als sie verschwunden sind, nicht alleine gewesen sind. Und ich muss sagen, ich bin bis zum Ende wirklich nicht drauf gekommen, was jetzt hier eigentlich los ist. Also ich bin wirklich bis zum Ende nicht auf den Gedanken gekommen, dass derjenige, welcher wirklich was damit zu tun hat. Obwohl ich sagen muss, wenn ich das Buch jetzt gelesen habe, war es sehr offensichtlich. Und das ist einfach so krass, weil du einfach in dem Moment nicht dran denkst. Und ich muss sagen, dieses Buch, ich sage heute, es war unheimlich gut. Ich empfehle euch, wenn ihr mal Bock auf so einen Jugendthriller habt, der ist jetzt nicht ganz so krass und ganz so schlimm, lest dieses Buch. Es ist so, so gut. Wie gesagt, Charaktere. Samantha mochte ich total gern. Man hat echt mit ihr versucht, mit rauszukriegen, was passiert ist. Und man hat versucht, auch rauszukriegen, mit ihr zu sagen, was sie eigentlich jetzt für ein Mensch gewesen ist oder warum sie so ein Mensch gewesen ist. Und wie gesagt, was das alles mit ihrer besten Freundin zu tun hatte. Ich meine, wie gesagt, gibt es ja noch Carson und nach Carson. Carson ist einfach toll und Jennifer Almondfraud schreibt einfach die geilsten Kerle von allen. Ich kann das nicht mehr anders sagen. Es ist einfach so. Ja, Punkt. Carson ist toll. Und auch den Zwillingsbruder von Samantha, den mochte ich total gern. Dann gab es noch so ein paar Protagonisten, äh, dann gab es noch ein paar Charaktere, die ich nicht so mochte, wie Sementas Eltern. Die waren so überhebliche Schnösel und ja, also dann gab es noch Sementa ihren Freund, den Del. Der war mir von Anfang an auch sehr suspekt. Und dann denkst du dir auch die ganze Zeit so, äh, so ein Schmierlappen, wieso war die mit dem zusammen? Und man versteht das Ganze einfach nicht. Aber wie gesagt, die Charaktere waren wirklich richtig, richtig gut. Entweder man mochte sie oder man mochte sie nicht. Je nachdem, wie es Frau Amundfraud auch gewollt hat in diesem Buch. Und es war einfach so gut. Und, ähm, vom Setting her befinden wir uns wieder in Amerika natürlich, in einer amerikanischen Stadt. Wir befinden uns aber hier in einem reicheren Umfeld. Das heißt, die Leute, die in diesem Buch vorkommen, haben eigentlich alle ziemlich viel Schotter und sind auch dementsprechend von ihrer Art und Weise her. Und, ja, ich mochte dieses Buch ultra gern. Also, ich würde es jetzt gleich sofort nochmal lesen, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie es ausgeht. Also, ich denke mal, ich werde nächstes Jahr viele Bücher rereaden, habe ich mir vorgenommen. Und dann werdet ihr es auf jeden Fall auch nochmal mitlesen. Es war einfach so gut. Leute, es war einfach so gut. Es war einfach so gut. Und ich muss sagen, es gab eine Stelle in diesem Buch. Ich habe dann wirklich gelesen und gelesen, bis ich wirklich müde wurde. Und ich saß dann hier in meiner Stube mit Licht zwar, aber es war dann recht dunkel halt schon. Und so, nur so in einem Leselicht. Und dann wollte ich eigentlich, ich habe mir gesagt, du liest dieses Kapitel noch zu Ende und dann hörst du auf. Und dann war das so gruselig. Ich konnte nicht an dieser Stelle aufhören. Und ich musste dann noch zwei Kapitel weiter lesen, ehe sich die Lage in diesem Buch gerade wieder etwas entspannt hatte, ehe ich ins Bett gehen konnte. Also, das spricht auch einmal wieder nur für den Schreibstil von Frau Amitraut, weil diese Frau schreibt einfach so gute Bücher. Und sie schreibt Bücher exakt nach meinem Geschmack. Also, man muss ja mal sagen, die Schmecker sind verschieden. Es gibt ja Leute, die lieben sie nicht. Und ich liebe diese Frau einfach abgöttisch, weil diese Frau schreibt einfach so tolle Bücher und so tolle Charaktere. Und ich kann immer wieder nur schwärmen von ihren Büchern. Und es tut mir so leid, dass ich euch damit immer so zusülze. Aber es ist immer einfach so, es ist mein Ding. Ja, lese dieses Buch. Nachdem ich dann Dreh dich nicht umbeendet hatte, habe ich dann mal wieder ein Liebesbuch gelesen. Und zwar, Dare to Love 3, Gelegenheit macht Sehnsucht. Viele sagen ja, dass das nicht so guter Teil der Reihe sein soll, weil in diesem Buch einfach A, die Handlung sehr, sehr schnell voranschreitet und man sich fragt, ähm, was? Ihr kennt euch jetzt drei Tage und tut so, als hätte ich schon drei Jahre zusammen. Und die Protagonistin in diesem Buch ist sehr naiv, was man sagen muss. Und sie ist halt wirklich da noch ein bisschen irgendwie hinterher von ihren Gefühlen her. Ja, aber das sagt sie auch selber über sich, dass sie halt wirklich ein leicht beeinflusbarer Mensch ist und dass sie sehr naiv ist mit allem. Weswegen ich schon wieder sage, okay, es macht irgendwie Sinn, wenn sie das selber weiß und versucht sich dann zu ändern. Aber es ist halt trotzdem, dass sie sehr naiv ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, es gibt in dieser Geschichte ziemlich viele Sachen, die mich eigentlich gestört haben, wie dass die Handlung, dass das alles so schnell vonstatten ging zwischen den beiden. Ähm, dass sie halt wirklich ultra naiv war und auch, dass das alles ein bisschen unrealistisch war. Also, es ist hier wirklich alles sehr weit hergeholt, wie diese beiden zusammenkommen und was da alles passiert. Aber ich muss trotzdem sagen, ich mochte dieses Buch total gerne. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Der kann sagen, das war scheiße. Ich mochte es. Ich fand einfach das Ganze schön, wie die beiden so zusammengefunden haben und was da zwischen den beiden passiert ist. Und ich mag dieses Buch einfach und ich fand es sogar für mich jetzt persönlich sogar noch ein bisschen besser als den zweiten Teil. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Ich mochte den zweiten Teil, aber der dritte war für mich definitiv noch einen Tacken besser. Ich komme aber auch mal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Isabel oder Isabel oder wie auch immer man das jetzt besprechen möchte. Und sie hat sich gerade frisch von ihrem Freund getrennt. Und er ist ein Fremdgänger gewesen und das fand sie ziemlich scheiße und das hat sie erst mal wachgerüttelt, dass sie seit Jahren in einer Beziehung feststeckt, wo sie immer nur gegeben hat, aber nie etwas bekommen hat. Also so liebesmäßig, ihr wisst schon, was ich mal geben und nehmen. Und ja, auf jeden Fall beschließt sie, nachdem sie herausgefunden hat, dass er auch noch fremdgegangen ist, sich endgültig von ihm zu trennen, lässt Hals über Kopf die gemeinsame Wohnung mit nichts außer ihrem Autoschlüssel und ihrer Handtasche und braust mit ihrem Mercedes davon. Aber da ihr Freund ja so ein netter Mensch ist, gibt er bei der Polizei an, dass das Auto gestohlen wäre. Somit landet Isabel über kurz oder lang auf dem Polizeirevier. Und dort trifft sie zufällig auf Gabriel Dare. Und Gabriel und sie kennen sich aus dem Country Club, weil sie da so die ähnlichen Kreise haben. Und ja, Gabriel und sie verband schon immer so eine gewisse Anziehung und da war immer schon was zwischen den beiden. Und ja, sie erzählt ihm dann so halbwegs, was passiert ist und er bietet ihr natürlich sofort die Hilfe an, die sie eigentlich nicht annehmen möchte. Aber da sie einfach mal mit nichts davon gerannt ist und nichts hat, nimmt sie wohl oder übel seine Hilfe an und sagt ihm aber auch, dass es nicht für lange ist. Und also er bietet ihr halt ein Zimmer an, dass sie erst mal ein Dach über dem Kopf hat. Und sie nimmt das halt an und sagt, aber sie möchte das nicht für lange, denn sie möchte sich nicht wieder von dem Mann abhängig machen. Auf jeden Fall kommen die beiden dann so quasi erst mal zueinander und dann vergehen die Tage und Isabel muss sich mit der neuen Situation zurechtfinden und sie muss sich natürlich auch noch mit ihrem Exfreund irgendwie auseinandersetzen. Und das ist so das Grube, worum es in diesem Buch geht. Dann, wie gesagt, geht es natürlich noch um die Beziehung zwischen Isabel und Gabriel. Und ja, wie gesagt, ich mochte dieses Buch unheimlich gern und ich kann nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Wie gesagt, die Handlung war ziemlich weit hergeholt. Sie war auch ein bisschen unrealistisch, dass es ausgerechnet der Zufall war, dass der Bruder von Gabriel der Polizist war, der sie verhaftet hat und mit beiden an dem Abend noch zufällig verabredet war. Also das ist wirklich alles sehr weit hergeholt und sehr, sehr unglaubwürdig auch teilweise, was an diesem Buch passiert. Aber wie gesagt, ich mochte es trotzdem total gern. Ich mochte Gabriel. Ich mochte auch Isabel, auch wenn sie so ein bisschen naiv war, weil man konnte sich da von Anfang an gesagt darauf einstellen, dass sie so war. Und vom Setting her befinden wir uns hier in New York. Wieder mal New York. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den vierten Teil. Der müsste dann die Tage jetzt bei mir hier ins Haus klattern. Und der vierte Teil soll der beste sein. Ich bin ja mal gespannt. Weil im vierten Teil geht es dann um den Bruder von Gabriel, um Declan. Und ja, da bin ich schon gespannt, was die Geschichte bereit hält. Und ich kann euch, wie gesagt, immer nur sagen, lest diese Bücher, wenn ihr auf erotische Liebesromane steht. Es ist kein UL-Buch. Es sieht immer noch so unschuldig aus, aber es geht hier heiß her in diesen Büchern. Und ja, auch die Erotik, finde ich, hält sich hier in diesem Buch in Grenzen. Da fand ich das im zweiten Teil schlimmer. Da hat es mir ein bisschen... Vielleicht mochte ich dieses Buch deswegen auch einfach ein bisschen mehr, weil ich fand, das dritte hatte weniger Erotik als das zweite. Und das war für mich genau das Richtige. Weil ich finde Erotik in Büchern ist okay, aber es muss jetzt nicht davon überladen sein, siehe Lockhees zum Beispiel. Also wie gesagt, ich mochte das Buch. Tolle Charaktere, tolle Setting, toller Schreibstil und ja, die Handlung war, wie gesagt, etwas weit hergeholt, aber trotzdem fand ich es richtig cool. Kommen wir zum letzten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das dieses hier. Der zweite Teil der Academy of Shapeshifters, Wolfs Pack oder Wolfs Pack, je nachdem, ob man es in Deutsch eigentlich ausspricht, von Amber Orburn. Ich würde sagen, die liebe Amber hat mir dieses Büchlein zugeschickt und ich habe mich so riesig darüber gefreut und habe es gleich gelesen, als es die Woche kam, weil es sind ja 80 Seiten und die kann man echt super so für Zwischendurch einfach mal mitlesen. Und ich mochte den zweiten Teil sogar noch mehr als den ersten, weil ich fand, dass die Handlung hier noch ein bisschen spannender war, was hier alles so passiert ist. Denn es geht im zweiten Teil darum, dass Lena ihren Platz jetzt erstmal im Camp finden muss. Sie ist ja im ersten Teil in dieses Camp gekommen, nachdem sie erfahren hat, dass sie eine gesperrten Wanderin ist und eine Prüfung bestehen musste, womit sie ihrer Gattung quasi zugewiesen wurde. Und dabei ist rausgekommen, dass Lena eine Kangas. Und ihre Freundin Rai Rajani, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Raijani, Rajani, ich weiß es nicht, es tut mir leid. Auf jeden Fall ist sie eine Fell und somit müssten die beiden eigentlich feine sein. Da sie sich aber von Anfang an gut verstanden haben, möchte Lena ihre Freundschaft natürlich nicht aufgeben. Und so bleiben die beiden auch zusammen in einer Hütte, Zimmergenossinnen quasi. Und das passt einigen in diesem Camp nicht. Und so muss Lena halt gesagt gucken, wo ihr Platz im Camp ist und sie muss versuchen, ihre Stellung zu finden. Und das ist so das Grube, worum es im zweiten Teil geht. Man möchte es gar nicht verraten, weil es sind nur 80 Seiten und wenn ich jetzt zu viel verrate, das beurde ich euch und das möchte ich nicht. Auf jeden Fall hat mir der zweite Teil, wie gesagt, noch ein bisschen besser gefallen als der erste, weil einfach die Spannung hier ein bisschen mehr noch war. Und von den Charakteren kann ich sagen, ich mochte Lena immer noch total gern, genau wie im ersten Teil. Ich mochte Rajani, wenn man sie denn jetzt ausspricht. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Mochte ich auch wirklich sehr, sehr gerne als ihre Freundin. Und dann gibt es natürlich noch Janis. Und Janis ist auch ein Mitglied vom Camp, den Lena so ein bisschen ins Auge gefasst hat. Und auch ihn mochte ich total gern. Da gibt es natürlich noch ein paar Charaktere, die man natürlich nicht so leiden kann, was so ein bisschen Lenas Gegenpart ist. Und auch die fand ich wirklich sehr, sehr gut geschrieben und sehr, sehr gut gemacht. Und ja, wie gesagt, von den Charakteren kann ich da einfach nichts meckern. Der Schreibstil von Emma gefällt mir auch immer noch total. Ich mag das ja, wie gesagt, diesen Jugendbuch-Schreibstil, wenn das alles so einfach ist und so locker leicht. Und das ist bei diesen Büchern definitiv der Fall. Also wie gesagt, die Charaktere mochte ich total gerne. Ich schreibe es hier ja richtig gut. Vom Setting befinden wir uns immer noch in diesem Camp. Ich mochte auch die Beschreibungen vom Camp her sehr gern. Und dieses Camp befindet sich ja mitten im Wald, mitten im Nirgendwo quasi. Und auch das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und ich werde diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Es sind ja bis jetzt vier Teile insgesamt erschienen. Der dritte heißt Pantherherz. Und der vierte heißt Nebelweiß. Und ja, ich bleibe da auf jeden Fall dran und werde immer mal wieder eins von diesen kleinen Büchlein noch mitlesen, so für zwischendurch. Und ich empfehle euch, wie gesagt, diese Reihe, wenn ihr gerne Jugendbücher lest oder wenn ihr gerne Gestaltemantlerbücher lest, dann schaut euch auf jeden Fall die Academy of Shapeshifters mal mit an. Ich kann es euch da wirklich nur empfehlen. Und ich finde auch diese Cover hübsch. Ich mochte das Cover von Fuchsrot schon total gern. Und ich mag auch das Cover wieder. Und ich finde auch das von Pantherherz und Nebelweiß gut. Die habe ich ja auch schon gesehen. Die haben mir auch richtig gut gefallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Lena weitergeht und ob sie es schafft, sich im Camp einzufinden und mit dieser neuen Situation komplett dann klar zu kommen. Und ich bin natürlich auch gespannt, was hier noch passiert. Denn es sind natürlich noch Sachen, die hier am Rande passieren, die ich euch natürlich nicht verraten möchte, weil ich ein bisschen spoilern würde. Aber auch da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich empfehle euch dieses Buch. Lest es. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich mag es unheimlich gern. Und ideal für zwischendurch war es ja wirklich nur 80 Seiten. Das waren meine letzten vier Bücher, die ich jetzt seit Anfang Juli gelesen habe. Und ich muss sagen, ich fand alle für Bücher wirklich richtig gut. Da war kein Buch dabei, wo ich sage, das war nicht mein Fall. Nein, ich mochte sie alle total gern. Und ich kann es euch wirklich jedes Buch für sich wirklich nur empfehlen. Je nachdem, was ihr gerne lest. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle, wie wir fürs Gucken, und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.